Was geht ab, egal, schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge Trials Fusion. Mit dabei Peter, Dalu und Sebastian. Wir fangen mit der Extrem an. Und Sepp ist heute mit dabei, krass. Ja, da sind ein paar Extreme dabei. Oi. Okay, Konzentration, Leute. Nichts zum Warmwerden, hier direkt ins kalde Wasser. Oh mein Gott. Okay, das hat nicht funktioniert. Heute mit Sepp, Leute, der war letztes Mal nicht am Start. Echt, war ich letztes Mal nicht am Start? Nee, da haben wir nur Extreme gemacht. Ach, da sind Gläser eigentlich. Ah, dazwischen gibt's was. Ich dachte, das wäre ein einziges. Wieder sind Gläser. Ach, das Blaue. Oh mein Gott, das sehe ich gar nicht. Oh mein Gott. Witzig. Ich habe diese blauen Blöcke nicht gesehen. Ich habe immer nur die gelben Stangen gesehen. You know? Ah, so knapp. Oh Mann, ey. Oh, komm schon. Ah, scheiße, das muss halt in einem. Möchte auch. Den dritten, also den letzten, der ist der, da fehlt mir der Speed. Ja, wie schon, ne? Aber wenig. Oh nee. Oh, wenig? Okay, nach dem letzten kommt noch was. Oh nein. Also nach dem letzten, der letzte ist nicht der letzte, wollte ich damit sagen. Das verstehe ich nicht. Da, du Fake News. Oh nein, du musst doch weiter hoch. Oh Gott. Echt, das habt ihr alle schon? Ja, ich habe es jetzt gerade auch geschafft. Ah. Ach, komm schon. Ich auf dem, wenn ich das zweite Mal gehüft bin, kriege ich kein Grip mehr, um perfekt Gas zu geben. Ach, shit. Ah, scheiße. Das kann aber auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Nachdem ich das jetzt gerade geschafft habe, ist so Ende. Hm. Ist es nicht. Zack. Da haben wir noch. Also stehen bleiben bringt nichts, wa? Ne. Also ich schaff da zumindest nicht mehr stehen bleiben. Also musst du halt vielleicht an der Rampe oben, da kannst du vielleicht stehen bleiben, Peter. Aber alles andere ist zu langsam. Ach komm. Ach, so knapp. Der war so knapp. Ich war gerade auch, wie ich das denn gerade gemacht habe. Ich war wirklich weit auch. Also nicht nur so knapp. Ja, ich war gerade auch einmal. Und nee, ich war am Ende von dem Stück, aber hab mich dann gedreht, ey. Komm. Ach komm. Würde ich den zweiten Sprung anders machen? Ey, du musst wirklich perfekt auf diesem anderen Scheißding landen, ey. Das ist doch scheiße. Geht schon wieder so in den linken Daumen, mit dem die ganze Zeit diesen Analogstick hin und her wirbeln, wie so ein Wahnsinniger für die Duckjumps. Ne, nicht Duckjumps. Wie heißen die? Bunnyhopes. Wieso geht es dann eigentlich immer nach Tieren benannt? Nach Häschen und nach Enten. Das ist kein Enten. Warte, warte. Das ist ja geil. Das ist ja mal Enten benannt. Ja, stimmt ja. Das geht ja auch um Jucken. Ja, wieso haben die denn so viele Wörter für eine Sache? Ne, andersrum. Warum haben die so wenig Wörter für mehrere Sachen? Oh Mann, ich war... Ich muss jetzt immer an eine Ente denken, wenn ich einen Duckjob mache, zuerst. Alter, wie hoch musst du denn da? Komm, fick dich. Ah shit, komm schon. Ich komme ja nicht annähernd mit dem Speed dann so hoch. Also musst du dann nochmal springen oder musst du einfach nur hochfahren? Ne, ne, du musst ganz schnell. Das ist wie ein Wallclimb. Du musst halt hoch und ganz am Ende fehlt ein Stück. Aber du musst halt schon so viel Speed haben, dass du oben über die Spitze quasi drüberkommst. Okay, kannst du nicht langsam den Shit machen. Dann langsam wird vielleicht auch gehen, aber das ist halt schwierig da zu kontrollieren, weil es halt schon so schräg ist und du sehr schnell davon wegfällst. Oh shit, komm schon. Sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Ne, das ist doch scheiße aus. Also ich war jetzt schon zweimal auch da oben, aber das ist halt zu weit. Oh, ich weiß, was du meinst. Oh, ich hätte fast doch gefangen. Also vielleicht, vielleicht kriegst du es auch hin, wenn du dich drehst, also mit dem Hinterreifen dann da hoch ziehst. Oh, einer hat da richtig Speed gerade gehabt. Ja, aber ich hänge jetzt hier wieder so halb oben an dem Ding dran, weißt du? Ich bin abgesprungen, statt zu bremsen. Oh, bin ich ein Vollidiot? Nein. Nein, ich hatte so viel zu, das war voll clean. Ich wollte sagen, geil, schaffe ich ja jetzt easy. Hm. Fuck. Oh, das war richtig doof. Oh, einer hat es geschafft? Nein, ach komm, ich war oben. Ich bin immer da oben. Nein. Hast du es schnell gemacht, Dalu, oder? Ne, ne, ich bin das nicht, das war Sepp. Ne, ich war, ich war perfekt an der Wand, aber das hat er trotzdem nicht gemacht. Ja, an der Wand habe ich auch gehangen, aber. Ich kriege den, auf die, auf die Schräge den Sprung kriege ich einfach nicht hin. Alter, wie hoch ist das? Okay, doch, da war ich jetzt. Alter, selbst mit von unten. Das nicht. Also der Trick ist halt wirklich, dass du den, den ganzen Speed dauerhaft mitnimmst. Also ich glaube, ich springe beim zweiten schon viel zu hoch, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Da musst du viel flacher rüberkommen. Ich glaube, du musst dich da oben einhaken, Leute. Glaube ich auch. Ja, ich glaube, wenn du genug Speed hast, schaffst du das auch ohne Einhaken. Also wenn du wirklich da schnell hochkommst. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da schon echt schnell war. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Und dann fehlte trotzdem ein halbes Motorrad. Aber ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sind wir einfach langsam. Denken wir wären schnell, aber wir haben den Speed gar nicht gehabt. Ach, komm, ey. Immerhin können wir uns so gut warm spielen, ne? Ja, also... Ja, hab's. Nice. Mit einem Haken oder ohne Einhaken? Einfach Vorderrad drauf. Und dann bremse. Krass, du bist so hoch geflogen, dass du mit dem Vorderreifen da sogar draufkommst, ey. Ja, das hatte ich auch. Und dann bin ich abgesprungen. Oh, ach, da war das. Ich dachte, du warst einfach nur an der Wand. Nee, nee. Komm, ich wollte. Nee, nee, ich hau oben drauf und wollte eigentlich hier bremsen, weißt du, um da den Reifen noch hochzuziehen. Und was macht denn das Bram? Erstmal abspringen. Ach, komm, ey. Äh. Ach, komm schon. Nein, 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 nein. Scheiße. Danach kommt nix mehr da, Lu. Doch. Also du fährst danach erstmal ein gutes Stück und dann kommst du zu dem nächsten. Aber ich seh das Ziel schon. Also ich könnte auch abspringen. Du bist ja ein Ehrenmann, ne? Ich denke halt, ich kann das schaffen. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Und wir hängen drauf. Oh, der letzte ist widerlich. Stopp. Dankeschön. Ah, geil. Na, ist da. Na, ist da. Na, ist da. Good job. Also ich hab's geschafft, indem ich bei dem 2, da wo Bram jetzt drauf ist, da bin ich so clean drauf gelandet, dass ich einfach so viel Speed hatte, auf dem, wo, ja genau. Da bin ich dann fast einfach hochgedüst. Ja, genau das wär's gewesen. Wenn du da jetzt gesprungen wärst, glaub ich. Ja, ja, hab ich auch, hab ich auch gedacht, das war schon gut. Scheiße, na gut, dort hab ich, hab ich, hab ich, hab ich eigenständig versaut, ne? Oh, schade, dass du da, also, Peter! Peter schafft noch. Ja, und, na. Ja, das ist eine Auslegung. Ich bin zumindest drüber gewesen. Aber hat dann drunter gefallen. Kann ich hier hochfahren, nein, kann ich nicht. Irgendwann hab ich's auf Band, ne? Wollt grad sagen. Wollt wir sehen. Dann können die Leute dann sich in den Kommentaren wieder geschmällig drüber auflegen. Bram halt wieder dahin ist das Ziel und zack. Gut, aber das liegt ja, ist ja zumindest der Button direkt daneben. Sind alle vier Button direkt nebeneinander? B und Y ist näher dran als X und B. Oh, das ist wieder eine normale, ne? Oh, das slasht einen wieder jetzt hier. Da kann man das wahrscheinlich in einmal durchflown, ja. Oder man versaut's halt schon, wie ich. Die Gravity ist ein bisschen anders, oder? Nee, das liegt daran, dass die gefärbt wird ein anderes Motorrad. Oh, komm, ich muss zurück... Alter, komplett zurücksetzen! Hier, Leute, nicht verkacken. Okay, ich hab verkackt. Hahahaha! Cheat! Ach, außer hier ist der Checkpoint. Ach, komm. Genau den Jump hab ich verkackt. Jawohl. Oh, das war cool. Sonst hab ich nicht gerechnet. Aber ich werde... Oh, da kommt was cool ist. Ich bin gespritzt. Wow. Wurde ich angespritzt. Dann muss das ja jetzt kommen. Ah ja. Das war wirklich cool. Wurde ich angespritzt? Ja, mit so einem geilen Backflip hab ich gemeint. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, ich auch. Ja, aber ich dachte, ja, genau. So wie selbst, genau. Ja, oh, ja, oh! Oh, da vorne sogar. Oh! Warte mal, wir machen das nochmal. Das ist ein Backflip durchziehen, Junge. Ich wollte hier... Ja, genau. Doppel-Backflip! Oh, oder auch wieder nicht. Ja, okay, Doppel-Backflip. Okay, Peter, Challenge accepted. Und, oh, Doppel-Backflip! Oh, oh, Doppel! Oh, schade. Okay. Du weißt, dass du noch ins Ziel kommen kannst, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich sag, machen wir es jetzt mal clean. Ah, reicht immer noch easy. Ah, ja. Hättest du mir nicht gegönnt, oder was? Doch, ich hätte Doppel-Backflip gegönnt. Wäre auch nice gehen. Aber man wollte dann zu viel, man wollte dann Triple machen. Ja. Richtig so. Na, jetzt mal wieder ein Extreme, würde ich sagen. Ne, ist schwer. Ne, ne. Na, komm, jetzt mal extrem miteinander. Okay. Okay, klettern und herabsteigen. Was? Das sind extra mehrere Strecken und wir fahren trotzdem auf einer. Ja. Ähm, okay. Oh, scheiße. Da oben ist ein Checkpoint. Diesel. Oh, Mist! Und rabsteigen, hä? Oh, Mann, ey. Geil, er hat seine Strecke copy-pastet und gespiegelt. Sehr gut, Uckre. Ja, Uckre ist wieder da, ja. Als ob ihr so durchgefloat seid, ehrlich. Ja, das war ja auch easy. Ja, bergab ist auch angenehm. Ja, allerdings. Was steht da? Gregs Uckre? Hast du jetzt auch geschafft. Hab ich jetzt geschafft? Kann ich hier einfach abspringen? Ne, ich muss da. Wahrscheinlich sogar wirklich. Ne, ne, ne. Unten kommt eine zu lange, also die Strecke und eine zu lange gerade. Ja, da kommt eine zu lange gerade Strecke. Aber ich würde jetzt mal Gas geben, nur zur Info. Meinst du? Ja. Aber du kannst einfach nichts drücken. Ja, hab ich auch vor. Dann bist du schneller. Achso. Muss gar nicht Bunny jumpen. Ne, du kannst einfach nichts drücken, ja, bist ins Ziel. Der Knoturab war sogar schneller als er. Der Uckre, der macht die Strecke. Wird es aber spannender zwischen euch beiden da vorne? Ja, ist ja abhängig davon. Nein, jetzt kommen noch die Extreme. Wenn man die Extreme schafft und ich nicht, dann hat sich das ja wieder. Das kann ja jeder theoretisch noch gewinnen. Jeder kann es schaffen. Bei Extremstrecken, finde ich, ist das immer... Es sind nur zwei Obstacles, ne? Ja, eben. Ja, ja. Super schnell und einfach. Oh, fuck. Da ist das erste. Ja, finde ich jetzt schon kacke. Erst mal rückwärts fahren. Oh, okay, das ist natürlich gut zu wissen. Oh, yo. Ich dachte schon, boah, geil, da bin ich aber gut drauf gefloat. Ey, wie soll das denn funktionieren? Okay, da bin ich jetzt mal hingespannt, wie das gehen soll. Nur Hinterreifen, oder was ist da los? Ja. Ach, komm, als ob. Achso, ich dachte, ich darf es gar nicht probieren. Okay. Ja, und mit nur Hinterreifen das realistische. Hattest du aber dazu gemacht? Ja, den ersten habe ich gemacht, aber bin danach direkt umgefallen. Ich glaube, der Ballon, der dahinter ist, ist dasselbe nochmal. Ja, ist nochmal Hinterreifen, ne? Scheiße, komm schon. Ja, das erste habe ich. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Bist du mit dem Hinterreifen noch hinten dran? Ja. Äh, ich habe mich mit dem Hinterrad eingehakt. Oh, das geht. Aber das danach finde ich um einige schwerer. Okay. Okay. Uh. Hey, wie hackt man sich denn da mit dem Hinterreifen ein? Direkt nach links ziehen auf dieser kleinen Rampe. Dass du vorwärts mit dem Hinterreifen fliegst. Stell dir vor, du würdest einen Dropkick machen. Weißt du, was ich meine? Ja, was? Ja, ja, ja. Auf dem zweiten Rad war ich schon. Das ist aber auch geil. Oh, das wäre so gut gewesen. Das hätte ich verdient. Das macht Spaß. Oh Mist. Wieso will ich denn immer auf dem voller Reifen landen? Na komm. Oh, ja. Das war geil. Also das mit dem Hinterrad einhaken ist halt geil, weil du kannst dann auf dem roten Block bremsen und kannst dich normal auf die Schräge stellen. also du floppst halt einfach darüber. Ich glaube wirklich, das ist besser. Nein. Nein. Na ja, ja. Schade. Oh, nee. dann war krass wenn du mit dem hinterrad gegen die rote dingels kommt beim hohen bauen soll weg ja aber deine technik ist auch ganz geil du gehst erst rüber und drehst dann also ich glaube das klappt wahrscheinlich öfter da rennt der daloo weg ja also hätte das geschafft wäre es nur noch eins 20 sekunden platin da hatten wir schon 37 36 die kennst du nicht aber 20 sekunden klingt einfacher weil es kürzer nach du scheiße nein doch komm ich war oben drauf ja bitte denn gerade so geschafft schon wer ist denn da drüber gekommen ich glaube es hat stark das ist das ist wirklich machbar es hat sie gemacht hat sich nicht da war also das ist das ist am anfang habe ich einfach vollspiel gegeben und hab dann einfach nach vorne drücken losgelassen also wirklich wie wenn damit ich den ja ich nehme den sprung gar nicht also ich mache kein bunny ob ich lasse mir sozusagen darüber klatschen der hier ist geil ach komm schon mein ich komme da einfach noch nicht hoch vernünftig den ersten habe ich den den finalen sozusagen ja du bist ja danach auch schon über die beiden rampen da gefahren das meine ich dieser lange sprung muss man da einmal nur drüber kommt da oder kommt das quasi zweimal direkt da dahinter ist der checkpoint ah ok scheiße das war ja richtig mies nein ich war da oben oh nein oh peter oh die legende der war geil alles ist gut auch nein nein oh man oh da wusste ich nicht was passiert jetzt will peter aber zu viel ja oh 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 peter oh jawoll das war hart gut kontrolliert auf den vorderreibenden da woher war das denn das war richtig ja kong sind nein bring ab und hoch nee ach komm ey das wäre gewesen Seid ich Bram gekriegt? Ne, ich glaube nicht. Tja, Dalo, hast du richtig, richtig stark. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.